Hi Leute, hier ist wieder Sebastian Glöckner und jetzt kommt das zweite Video aus der Reihe 5 Schritte. Dieses Mal 5 Schritte für E-Mail-Marketing. Und ich bitte dich, lass mich wissen, was du davon hältst von diesen Videos. Und ich sehe das an den Likes, an den Kommentaren und an den Abos. Das heißt, wenn du gerne mehr solche Sachen strukturiert erklärt haben möchtest, dann lass es mich wissen hier über YouTube und dann kommen auch noch mehr Videos dazu. So, 5 Schritte für E-Mail-Marketing. Ich mache jetzt E-Mail-Marketing auch seit 2016, Ende 2016 oder Anfang 2016. Also auf jeden Fall seit 2016 mache ich E-Mail-Marketing und du weißt, ich bin Informatiker, ich bin verrückt danach, so Sachen zu testen und auszureizen. Das heißt, ich habe alles probiert. Ich habe es erstmal nur bei WordPress gemacht, ohne Double-Opt-In. Dann habe ich es gemacht über, keine Ahnung, so Mailchimp oder sowas, so eine Gratis-Dingster-Boomster-Version. Dann gibt es ja noch Active-Campaign, Get-Response und am Ende bin ich dann natürlich bei den Deutschen. Weil ich habe auch den Fehler gemacht, den alle machen, dass ich dachte, ich nehme erstmal was gratis, irgendwas. Sagen wir mal, irgendein Gratis-Tool, wo nichts kostet, was nichts kostet und bin dann erst am Ende gelandet bei den deutschen Anbietern Clicktip und Quentin. Und das ist halt eben so, dass die amerikanischen teilweise echt ein, ja, einfach ein superschönes Design haben. Also besser zum Beispiel als Clicktip. Quentin ist da, finde ich, von Design her sehr ganz vorne dabei. Aber was ich damit sagen wollte ist, oder was ich damit sagen will ist, du hast halt dann diesen, du lässt dich blenden und denkst, boah, super Mailchimp, wahnsinnig tolles Design. Ja, und weil die einfach super im Marketing, super stark sind. Und dann testest du diese Tools und merkst, irgendwie funktioniert es überhaupt nicht, ja. Ich glaube, viele von diesen amerikanischen Tools, also ich will nicht sagen, dass du so irgendwie was Deutsches kaufen musst. Ich sage nur, die Deutschen sind da so ein bisschen detailverliebter. Die denken an mehr, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Webinar-Software gekauft von einem anderen Anbieter, der nicht aus Deutschland kommt, wollte es einfach mal ausprobieren. Obwohl ich ja Kooperationen mit Webinares habe, das weißt du ja. Ich bin da ja also wirklich eng vernetzt mit Webinares, aber ich wollte auch mal eine andere Software ausprobieren, womit man auch Live-Webinare machen kann. Und superschönes Design, ja, aber drei Viertel der Funktionen fehlen einfach, ja. Also deswegen muss ich halt sagen, dass eben die Deutschen, muss man halt sagen, sind halt ein bisschen mehr technisch und detailverliebter, was ja auch manchmal ein Nachteil sein kann. Im Endeffekt landet man dann aber, lande ich dann aber doch wieder da. Und ich habe halt diesen Fehler gemacht, den viele machen. Am Anfang kaufst du das billige Tool, ärgerst dich und kaufst am Ende das Teure oder das, wie auch immer, 50 Euro im Monat oder so, was halt ein bisschen mehr kostet. Dennoch, Schritt 1 ist, und jetzt kommt es, überlege, was du damit erreichen willst. Denn, ich hatte jetzt ein Gespräch mit einer Ärztin, die auch E-Mail-Marketing und sowas machen, Webinare. Und dann habe ich hier gesagt, sie müssen unbedingt Quentin nehmen. Quentin ist der modernste Anbieter zurzeit. Unglaublich leicht zu lernen. Funktioniert gut, tolle Zustellraten. Und eben, ihr wisst ja meine Story vielleicht. Ich war ja lange bei Klick-Tipp und habe mich da wirklich tausend Stunden oder so reingearbeitet. Und was mich da gestört hat, waren so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass du nur an einer Stelle in der Kampagne gleichzeitig sein kannst. Das heißt, du musst ständig abfragen, wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann, wo man eine unglaubliche Komplexität hat. Und bei Quentin ist es eben so, da kannst du dir diese ganzen Abfragen sparen, weil man eben mit so Triggern arbeitet. Und du kannst jederzeit in einer Kampagne hin- und herspringen. Und das ist viel einfacher zu bedienen und viel einfacher zu verstehen. Außerdem hatten die bei mir eine bessere, also eine erheblich bessere Zustellrate. Und deswegen, ja, habe ich jetzt auch eine Kooperation mit Quentin. Also ich bin auf die zugegangen und, ja, bin da auch total zufrieden mit und kann das auch zurzeit wirklich wärmstens empfehlen. Und deswegen habe ich das auch der Frau oder der Ärztin empfohlen und sie so, nee, das brauche ich nicht. Wieso denn? Ja, das kostet irgendwie, ne, das kostet ja was. Je nachdem, 35 Euro im Monat, glaube ich, das kleinste Paket. Nee, ist viel zu teuer. Sag ich sowieso, denn sie wollen auch professionelles E-Mail-Marketing. Und dann sagt sie, nee, ich will ja eh nur so ein paar Leads, ein paar E-Mail-Adressen. Das heißt, und da musste ich ihr dann auch recht geben, weil wenn sie wirklich nur 100 Adressen hat, dann ist das ja mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Was soll ich ihr denn, ein Tool irgendwie verkaufen oder so, was 35 Euro im Monat für 100 E-Mail-Adressen oder so. Und dann, klar, du musst halt überlegen, willst du expandieren oder nicht? Oder willst du nur deine 100, also so in der Art, ne? Da habe ich ihr gesagt, okay, dann kommen sie halt zu mir zurück oder so, oder zu mir, ne? Kommen sie halt zurück oder, habe ich ihr natürlich nicht so gesagt, aber habe ich ihr gesagt, dann irgendwann, also ich denke mir halt irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wenn sie wirklich damit durchstarten will, dass sie ein vernünftiges Tool braucht. Wenn sie aber sagt, ich habe nur meine 100, meine 100 E-Mail-Adressen, denen ich ab und zu meinen Newsletter schicken will, hey, ja, dann, wer weiß, nimmt sie eine Gratis-Version von irgendeinem Mailchimp oder sonst was und sie wird gar nicht merken, welche Funktionen da fehlen. Das ist das, was ich damit sagen will. Was willst du damit erreichen? Willst du 10.000 Leute erreichen, willst du Newsletter schreiben, willst du, brauchst du Spezialfunktionen, die es nur bei Klick-Tipp gibt oder brauchst du Spezialfunktionen, die es nur bei Quentin gibt, wie wichtig ist dir die Zustellrate, wie wichtig ist dir das, ob du, ne, ne, was weiß ich, ne, die Bedienung, wie oft willst du in deine Kampagnen reingehen und so weiter und so weiter. Und das musst du dir erstmal überlegen, um zu entscheiden, welches Tool du nimmst. So, dann eben zweitens, und da habe ich jetzt schon drüber geredet, prüfe, welche Softwareanbieter es gibt. So, oder ich schreibe jetzt mal, ich mache es jetzt mal anders als im letzten Video. Ich schreibe jetzt mal die fünf Punkte auf. Das andere ist, vergleiche Preise und Funktionen, weil ich bin schon ein bisschen vorweg gegangen bei Punkt 1. Preise und Funktionen. So, das vierte ist, entscheide dich für einen Anbieter. Und ich rede jetzt noch mehr darüber. Und das fünfte, das spare ich mir bis zum Ende auf. Entscheide dich für einen Anbieter und teste sofort die Grundfunktionen. Okay, sofort die Grundfunktionen. Das ist nämlich auch so ein klassischer Fehler. Ja, so. Und bei den Sachen, da kannst du mich auch ansprechen. Und wie gesagt, ich habe auch gesagt, ich mache vielleicht auch mal dem nächsten kleines Bezahl-Webinar, wo ich eben mich dann euren Fragen stelle. Ja, wo wir einfach mal sagen, wir setzen uns mal ein paar Stunden zusammen und reden nur über diese Sachen, dass ich euch dann auch vieles vorwegnehmen kann. Also, mit teste sofort die Grundfunktionen. Das finde ich wichtig, weil ich hatte eben, ich habe es ja eben erzählt, eine Software gekauft von einem anderen Anbieter, so eine Webinar-Software und wollte das dann direkt benutzen. Und habe jetzt gemerkt, dass die Software im Vergleich zu den deutschen Anbietern Webinare hat zwar im ersten Moment ein schickes Design, im zweiten Moment aber fehlen einfach zu viele Funktionen. Ja, vielleicht werde ich es benutzen, zum Beispiel für Live-Webinare, also das, was du halt bei Webinaren es nicht gibt, ja, zurzeit zumindestens. Ja, Webinar ist es halt spezialisiert auf automatisierte Webinare. Aber nichtsdestoweniger, es wäre natürlich besser gewesen, ich habe einfach zu lange mir Zeit genommen, um das rauszufinden, um das zu testen. Es wäre besser gewesen, hätte ich relativ schnell, was weiß ich, ja, innerhalb von den ersten zwei Wochen, hätte ich es vielleicht sogar noch zurückgeben können. Was ich damit sagen will, ist, sagen wir mal, du entscheidest dich jetzt für Quentin, weil ich jetzt gesagt habe, dass es das Beste ist und du vertraust mir und machst es. Ja, und dann loggst du dich irgendwie drei Monate nicht ein oder so. Ja, das ist einfach schade. Das ist einfach schade. Das ist halt cool, wenn man direkt die Funktionen testet und guckt, komme ich damit klar? Was hat es für Vorteile? Was hat es für Nachteile? Gibt es irgendwelche Funktionen, die ich besonders gut finde? Gibt es vielleicht irgendwelche Funktionen, die ich gerne gehabt hätte? Und wie wichtig sind die mir? Komplexität ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dieses so, ja, je komplexer es ist, je mehr. Ja, die von Quentin sagen, ja, wir kämpfen um jeden Menüpunkt oder sowas, den wir weglassen können. Und das merkst du auch, dass es halt super einfach zu bedienen ist. Dann bist du da ein Fan von oder nicht? Oder willst du lieber Millionenfunktionen und dich dann durcharbeiten, so wie bei anderen Anbietern? Solche Sachen. Das musst du testen und gucken, ob du dann prinzipiell klarkommst. Und das ist auch so ein Lerneffekt, auch vom Gehirn her. Das ist ja oft so, wenn du immer diesen Berg vor dir herschiebst, dann, ja, dann irgendwann denkst du, irgendwann fange ich an, irgendwann fange ich an. Und dann merkst du auf einmal, Gott, was muss ich alles machen? Und das merkst du erst, wenn es zu spät ist. Na, deswegen teste lieber schneller. Die Grundfunktionen machen mal zwei, drei einfache E-Mail-Funnels, probieren mal ein paar Sachen aus. Zum Beispiel was bei, zum Thema Testen, was ich bei Klicktipps so krass fand, dass, ich weiß nicht genau warum, aufgrund von Serveroptimierung oder Serverlast oder so, dass viele Mails nicht sofort verschickt worden sind. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich habe das so oft erlebt, bei meinem, aber auch bei Accounts von Kunden. Da habe ich zum Beispiel, sag ich mal so mal, eine Kampagne, die startet mit dem Tag und nach fünf Minuten geht die Mail raus. So, und dann setzt du die Kampagne live, startest mit dem Tag und es geht keine Mail raus, sondern erst nach einer Stunde oder so. Ja, und dann denkst du so, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe doch alles und dann habe ich einen Support angeschrieben und dann, ja, Serverlast. Ja, oder ich hatte halt meinen, meinen, auf der Computer Bild DVD, meinen, meinen Excel-Kurs, der war auf der DVD und da musste man sich dann, also es haben natürlich Zehntausende von Leuten kaufen diese Zeitschrift und müssen sich dann halt bei mir registrieren. Und damals hatte ich das dann noch bei Klick-Tipp und dann haben sich, ich kann mich noch genau daran erinnern, das war irgendwie 2. Juli 2019 oder so, irgendwie so ein denkwürdiger Tag oder an einem Tag hatte ich 5.000 bis 10.000 Leads bekommen. Und dann gucke ich mir die an und denke, wow, das ist so toll, habe ich andauernd aktualisiert. Und dann sehe ich auf einmal, die Double-Opt-In-E-Mails sind nicht mehr rausgegangen. Und, also, ich sage jetzt mal, du registrierst dich und die Double-Opt-In-E-Mail, wo dann steht, ein Schritt fehlt noch. Und diese E-Mail ist nicht gekommen, also das hat bis zu zwei Stunden gedauert. Und damit habe ich einfach nicht gerechnet. Und dann habe ich den Support angeschrieben und dann haben die halt gesagt, ja, Serverlast und so. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es jetzt bei meinem jetzigen Anbieter wäre, wenn da 10.000 Mails auf einmal reinkommen. Ja, habe ich noch nicht ausprobiert, aber das ist einfach was, ich gehe einfach mal davon aus, dass es bei denen funktioniert. Ja, weil die halt viel mehr, oder nee, ist jetzt nur eine Behauptung, aber, also, da ist es halt so, dass ich da sehr zufrieden bin mit der Zustellrate und dass die Sachen auch sofort funktionieren. Sagen wir es mal so, ja. Und, genau, das ist halt was du testen musst. Wie schnell starten die Kampagnen, was auch ein super Test ist. Du hast doch bestimmt auch zwei, drei E-Mail-Adressen. Vielleicht eine bei Gmail, eine bei Yahoo und eine bei irgendwo. Teste doch einfach mal mit deinem Anbieter. Mach doch mal ein Test-Account bei Klick-Tipp oder so, mach einen Test-Account bei Quentin. Ich empfehle, wie gesagt, ne, weißt du. Teste doch einfach mal mit Gmail, mit T-Online, mit Yahoo und deiner normalen E-Mail-Adresse, wie lange das dauert, bis die E-Mail ankommt. Ob die überhaupt ankommt. Ja, probiere das mal aus. Teste mal so einen einfachen Funnel und guck mal, guck mal die Sachen durch. Und da wirst du erstaunt sein, dass eben die Tools nicht gleich sind. Und das war auch der Grund, warum ich gewechselt bin. So, ein Schritt 5 ist Teste. Das finde ich total wichtig. Verschiedene. Funnel. Oder Funnels. Keine Ahnung. Und Vorlagen. Wenn es es gibt bei deinem Anbieter. Also bei, ich glaube, bei Klick-Tipp gibt es das, glaube ich, nur für Enterprise. Oder vertue ich mich jetzt total. Ne, da gibt es auch Vorlagen, glaube ich. Und bei Quentin auch. Und das tut dir zum Beispiel, total interessant, der Unterschied zwischen der Webinar-Kampagne, zwischen den beiden Anbietern. Also bei, bei, bei Klick-Tipp ist es halt so, die Webinar-Kampagne, ich gucke jetzt mal nach unten, ja. E-Mail 1, dann, ähm, kurz danach, hat er gekauft, ja, nein. Also so eine, so eine, wenn dann, ne. Ja, wenn nein, keine Ahnung, äh, wenn ja, geh raus, wenn nein, E-Mail 2, hat er gekauft, ja, nein. So, und dann hast du halt diesen Baum, ja. Und dieser Baum ist sehr schwer zu pflegen. Das heißt, du hast eine irrsinnige Menge von Verzweigungen und, ähm, Schleifen vielleicht, wobei, ne, Schleifen machen die eigentlich nicht so gerne, aber das bietet sich dann an in dem Fall, dass man halt so eine Warteschleife ist und sagt zum Beispiel, warte so lange, bis der gekauft hat. Das habe ich sehr viel mitgearbeitet. Das heißt, du hast so einen ziemlich unübersichtlichen Baum irgendwann, weil du musst ja vor jeder E-Mail abfragen, hat er gekauft oder nicht. Ja, das ist so. Und als Informatiker hat mich das schon so ein bisschen, ja, heiß gemacht sozusagen, weil ich mag eben diese Komplexität. Ich bin dann aber irgendwann auch nicht mehr mitgekommen, weil das Problem ist, es gibt noch Rahmenbedingungen, die haben zum Beispiel, die sagen, aus Spam-Schutzgründen dürfen, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden nur vier E-Mails oder irgendwie sowas. Und das Problem, und zwar pro Kontakt, und das Problem war, die haben dann die Webinar-Registrierung gekriegt, dann haben sie das Webinar geguckt, dann kam nach der Webinar eine E-Mail und eine Stunde später oder nochmal eine E-Mail. Und die waren aber gleichzeitig noch in einem anderen Funnel drin, weil sie vielleicht gerade das E-Book runtergeladen haben. Dann hat das dazu geführt, dass diese Webinar-E-Mails gar nicht mehr verschickt worden sind, sondern einen Tag später oder sowas. Und das Allerschlimmste war, ich hatte halt viele Fälle, wo die Leute die Webinar-E-Mails, wie war das nochmal, die haben die gar nicht gekriegt, sondern nach dem Webinar. Weil dieser Spam-Schutz bei diesem Anbieter, also bei Klick-Tipp, ist halt so restriktiv aus meiner Sicht, dass halt ständig solche Dinge passieren, die man sich nicht erklären kann. Und wo ich dann halt gesagt habe, das Webinar war um 10 Uhr, warum hast du die Einladung erst um 11 Uhr gekriegt? Ja, weil er irgendwie noch in drei anderen Funnels gleichzeitig war oder so. Naja. Und bei Quentin ist es anders. Das ist nämlich ein gutes Beispiel, wenn man einen Unterschied zu groß sieht. Da hast du einfach drei Mails oder sagen wir mal Mail 1, Mail 2, Mail 3, Mail 4. Und diese, das nennt man eine Sequenz. Und diese Sequenz hat eine Abbruchbedingung. Das heißt, sobald der Kunde kauft, springst man raus. Und damit sparst du dir diese komplette Komplexität dieser Baum, wo selbst ich als Informatiker verrückt geworden bin. Und deswegen kann man sowas viel einfacher machen. Du hast einfach vier Mails und du sagst, ich frage nicht vor jeder E-Mail, hat er gekauft, hat er nicht gekauft, wann hat er gekauft, was hat er gekauft. Sondern du sagst einfach, sobald der Kunde kauft, zack, Sequenz verlassen, aus die Maus. Und das finde ich ist ein super gutes Beispiel. Und wenn du halt eher auf diese Komplexität stehst und sagst, ich möchte, also in dem Beispiel wüsste ich jetzt nicht, warum jemand den linken bei den linken. Aber es gibt halt auch umgekehrte Fälle, irgendwelche Spezialfunktionen, die es bei Klicktipp schon gibt, die es vielleicht bei Quente noch nicht gibt oder so. Die haben zum Beispiel so eine Funktion im Enterprise, wo sie automatisch, es startet automatisch eine Kampagne für alle Leute, die seit sechs Monaten keine E-Mail angeklickt haben oder so. Und das gibt es bei Quente nicht automatisch, sondern manuell. Ich habe aber einen Freund, der sagt, das ist ihm total wichtig, die Funktion. Und deswegen sage ich, vergleiche das Zeug. Vergleiche Funnel, vergleiche Vorlagen. Guck dir mal an, wie kompliziert ist es, so ein Upsell-Funnel zu machen mit dem Tool, mit dem anderen Tool. Und das sind jetzt nur die beiden Deutschen. Es gibt ja auch noch Active Campaign und, keine Ahnung, Mailchimp und so weiter. Und teste bitte auch, das ist auch vielleicht noch wichtig, die Schnittstellen. Ja, Schnittstellen zu Webinar-Software, Schnittstellen zu deinem WordPress, zu deinem Mitgliederbereich, zu deinen ganzen Tools. Teste, ob das geht oder nicht. Ja, IPN mit Digistore ist bei Klicktipp anders als bei Quentin. Ja, bei Klicktipp zum Beispiel hast du, glaube ich, in dem Deluxe oder so. Nee, es gibt ja Enterprise, Premium, Deluxe. Da hast du nur sechs Digistore-Produkte oder so. Und bei Quentin hast du unendlich. Und am Anfang habe ich gedacht, hä, sechs Digistore-Produkte ist doch voll viel. Ich habe ja eh nur zwei. Das stimmt aber nicht. Du hast so schnell, hast du irgendwelche Zusatzdinger noch, irgendwelche Extra-Webinare oder irgendwelche E-Books oder so. Da bist du mit den sechs Dingern ganz schnell. Und sowas gehört auch dazu. Schnittstellen-Test. Okay, dann war es das jetzt erstmal. Wenn dich das interessiert, bitte abonniere den Kanal. Dann wirst du das nächste Video auch sehen. Daumen hoch und einen Kommentar, was du davon hältst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Sebastian. Bis dann, dein Sebastian.